moin leute was geht mein name ist judo gamescom auf der playstation 3 herzlich willkommen hier zu einem ganz besonderen video ja moin leute was geht mein name ist judo gamescom auf der playstation 3 willkommen zu einem ganz besonderen video ja eigentlich habe ich dieses video schon mal gemacht aber leider habe ich vergessen dass ich den ton angeschaltet habe besser gesagt das mikrofon hatte ich aus ja genau was war es genau hier er hat mir geschrieben der german fighter nimmst du auf und da habe ich geschrieben das habe ich nicht geschrieben ja um 18 oder sich hochlade klar du bist sogar im youtube video ja ja noch mal nachträglich moin moin so also heute scrollen wir mal runter hier ich habe ja nämlich super coole leute dabei richtig coole hier zum beispiel der milch 123456789 zock gta oh yes grand theft auto kommen wir bei für first person raus und wo haben wir es denn ja wo ist er denn ich wollte euch mal meinen clan leader vorstellen hier ein richtig cooler typ vor kurzem hat mich über eine stunde mit ihm telefoniert ja über gott und die welt geredet und so über über ja über über religion über pierre vogel auch über montana black 88 ja also über alles currywurst style also erstmal agent 007 mona wofer ist kein opfer sondern ist cool ok currywurst habe ich gerade gegessen so eine maika currywurst lecker ja youtube bin ja schon lange dabei jetzt februar märz april mai mai war es als ich den kanal erstellt habe äh und ja ich will euch nochmal zeigen was für eine gigantische nachrichtenflut ich bekommen habe und am besten das zu zeigen gehe ich mal auf empfangen und scroll einfach mal ganz nach unten jetzt haltet mal die augen auf und zwar ganz nach links da ist dieser weiße kleine strich die die position anzeigt also links dieser kleine strich und ihr seht es geht immer weiter runter immer weiter runter immer weiter runter immer weiter runter helft commander krieger hat mich schon auf diesem account auf youtube gamescom geschrieben richtig viele schon hier das ist vom 7.5 2013 das ist noch lang nicht alles youtube gamescom gibt es ja schon seit ding seit seit langer zeit auf jeden fall hey habt ihr auf youtube entdeckt bist cool ja du bist auch cool paddy striker ja auf jeden fall ja warum gerettet mein ps3 account war mal ding in gefahr also meine ps3 ist mal kaputt gegangen die habe ich dann der ahorn ente geschickt die hat die dann zerstört und äh ja ich bin übrigens stress im ps19 könnt ihr gerne mal bei der ahorn ente vorbeischauen äh ja dadurch konnte ich nicht mehr online zocken 325 und eben ja musste mir eine neue kaufen aber habe noch vorher gar nicht gewusst dass man wenn man eine neue kauft einfach nur die e mail adresse angeben muss und dann ist der account bei der neuen ps3 ich dachte wenn einmal die ps3 kaputt ist dann ist der account für immer weg aber ja falsch gedacht gott sei dank hier las hetze erlebt son camora moin moin ja also haut auf jeden fall rein bis zum nächsten mal euer 2games.com auf der playstation 3 und tschau und danke für 1800 abos ihr seid hammer dafür möchte ich mich einfach bedanken richtig richtig fettes danke und jetzt könnt ihr ja überlegen es dauert ja ewig bis ich wieder hier oben bin also haut rein ich werde jetzt einfach mal hier mal warten bis ich oben bin und bis dann tschau und danke danke nochmal vielmals weil ohne euch ohne euch geht es nicht ganz ehrlich ihr seid mein leben ihr seid mein leben ihr seid mein leben ehrlich und das meine ich wörtlich ja haut rein auf jeden Fall auf jeden Fall rein und auf jeden Fall